Ja, lass mich auf, du. Wir gehen diese Welt zusammen. Ah, jetzt. Boah, was war das denn? Ja, jetzt den ganzen Spaß wieder da rüber, aber... So, jetzt weiß ich nicht, ob das ausreicht. Boah, es hat gereicht. Nice! Ich lass das einfach. Schnell da runter! Hey! Hey! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain. MINE! Was war das? Schon wieder so eine Stelle. Das kommt immer so ein bisschen plötzlich. Ging das nicht irgendwie zu skippen? Das will ich jetzt echt nicht jedes Mal sehen. Hä? Was war das denn? Das ist irgendwie so seltsam gerade. Nein! Oh. Komm. Also muss ich da einfach wieder nur schnell durchrennen. Oh, wenn das nicht so lange dauern würde, diese Sequenz und dann auch das Laden. Ich meine, es geht ja alles schnell, aber wenn man das hundertmal sieht, ne? Gefühlt. Ja, wieder so komisch abgeschnitten. Mein Gott. Wie die aber auch läuft. Hä? Was war das? Was war das? Ich verstehe es nicht. Wie konnte ich mich jetzt befreien von dem? Boah. 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 Nein, was ist das denn? Power System. Weisert, Loser und Sohn, KG, Maschinen- und Motorenfabrik, Karlsruhe, Rheinhafen. Oh. Nein. Mach das nicht mit mir. Ach so, jetzt kann ich aber wahrscheinlich in die andere Kamera rein. Ich gucke erstmal hier unten. Ich dachte, hier wäre Wasser. Vitamins, Antibiotics, Neuroleptics, Antidepressants. Auch bei meinen Standards gibt es viele Pille. Ja, aber kann ich jetzt da keine nehmen? Gib mir die doch. Hey. Ich kenne diesen. Er war so einer meiner Favoriten. Jan Polak Butterfly Atlas. Ein schmaler Grat. So viel durchgestrichen weiß ich, glaube ich zu wissen. Die Mächte kommen vom selben Ort, aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Sie scheint an beiden Orten zu existieren, als ob ihr Geist zwei Körper gleichzeitig bewohnen kann. Was immer ihr an einem Ort geschieht, wirkt sich auf den anderen aus. Sieht sie die Grenze zwischen den Orten, oder sind sie ein und derselbe? Neue Hypothese. Der Tod lichtet den Schleier zwischen den Welten, sodass sich ein neugeborener Geist niemals spalten muss. Das ergibt das Sinn auf eine beschissene, seltsame Weise. Boah! Achso, das war ja der Arzneischrank. Mehr war da nicht? Ah, die ist auf. Die ist auf. Die ist zu. Da hat aber jemand richtig Kraft. Ah, ja. Was? Das war doof. Weil jetzt ist hier drin dunkel. Kann ich die vielleicht wieder da reinpacken? Nein! Was? Hier unten? Wer macht denn Sofas? Alleine. Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, etwas Spiritualität. Das ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal. Der Raum ist breit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz allein sein. Es ist einfach so verdammt schön. Die Klamotten. Wieso macht man das denn dann? Wieso macht man das denn dann? Ey, wo ist denn hier ein Einhorn? Auf der Tapete sehe ich kein Einhorn. Und das da hat auch kein Horn. little windows into the world. It's something I guess. Sunshine doesn't really translate to text though. Again with the salt. The whole room is lined with it. Ein ehemaliges Salzbärchen. Werk, Werk, wahrscheinlich reingebaut. Sodiumchlorid? Ich weiß nicht, was das ist. Was haben wir hier noch? Ja, allerdings. Was ist eigentlich jetzt mein Ziel? Sorge für Strom. Achso, ich verstehe. Ich muss alle hoch, also alle mit Strom versorgen. Dann gehen wahrscheinlich alle Türen auf. Oh, das war zu viel. Ah, jetzt. Perfekto. Gucken wir mal, ob sie hier was getan hat dadurch. Nö. Jetzt bestimmt die Tür gegenüber auch auf. Jawohl. Aber ich gehe erst mal hier hinten rein. Da war ja auch noch eine Tür. Die hier nehme ich. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja. Oh, die Toilette. Kann die echt noch da hinten in die Ecke rein? Ja. Ich dachte, es wären zwei Punkte, aber das ist da unten. Die Waschmaschine spiegelt bloß. Da kann sie nicht rein. Oh, guck mal hier. Da kann sie doch voll mitnehmen. Mit dem Monster eigentlich überklatschen. Es sieht aus, dass er niemals seine Hoffnung nicht mehr lassen konnte. In einer anderen Leben vielleicht. Das alte Krakau. Auf Distanz. Sie hätte mich heute beinahe gesehen. Mich gespürt. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Abstand halten. Durchgestrichen. Es ist nur durchgestrichen. Ich habe. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke. Durchgestrichen. Ich glaube. Ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich soweit ist. An dem sie entdeckt, was sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein. Angst haben. Ich sollte für sie da sein, damit sie das alles versteht. Um mir zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Nein. Sie wird es schaffen. Sie ist stark. Genau wie ihre Mutter. Nein. Ach guck mal, der Raum ist ja genauso angeordnet wie der von Lilly. Jack Orkin. The last goodbye. Funeral Home. Ja, und don't. Nein. Warum steht da nein? Nein.